Wir werden unsere ersten Tagespunkte einladen, und zwar einer Schauübung der Jugendfeuerwehr, die in wenigen Minuten hier direkt vor der Einfahrt im Feuerwehrhaus stattfinden wird. Vielen Dank! Die Aufgabenstellung für die Jugendfeuerwehr war ein gezielter Löschangriff mit mehreren Rohren. Als Branddarstellung dienten einige Holzpaletten, die einige Mühe machten, angezündet zu werden. Als dies gelungen war, rückte die Jugendfeuerwehr mit großem Tatütata an und nahm ihre Arbeit erfolgreich auf. Sie bewies nachdrücklich, welchen hohen Ausbildungsstand sie auch schon in jungen Jahren hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020